Die Fans der Eisbären in Regensburg verabschieden ihre Mannschaft in die Kabine nach dem Spiel in Krimetschau. Regensburg verliert im proppevollen Sandpark in einem echten Hexenkessel mit 1 zu 6, 0-2. Nach dem ersten Drittel dann 0-4 im zweiten Drittel. Tom McCallum, der geht dann von der Eisfläche. Jonas Neffin kommt, Cory Trivino mit der Ergebniskosmetik, aber im Schlussabschnitt 5-1 und 6-1 in der Serie Best of 7 zwischen Regensburg und Krimetschau steht das jetzt 1 zu 1 unentschieden. Es kommt zum nächsten Spiel am Montag um 17 Uhr in der Donau Arena in Regensburg. Noch ist nichts verloren. Die Eisbären verlieren allerdings ihr erstes Match in dieser Playoff-Runde in Krimetschau deutlich mit 1 zu 6. Trainer Max Kaltenhauser, 6 zu 1 gewinnt Krimetschau gegen die Eisbären Regensburg. Deine Analyse zum Spiel? Ja, Krimetschau war halt besser. Das muss man anerkennen. Wir waren nicht in der Lage, das Spiel zu machen, das wir normal gewohnt sind. Ich will jetzt gleich sagen, das ist keine Ausrede, was ich jetzt sage, aber das Eis hat man auch gesehen. Krimetschau spielt auf dem gleichen Eis, aber wir sind augenscheinlich damit auch nicht so gut zurechtgekommen. Aber nochmal, Krimetschau war der verdiente Sieger, aber im Playoff ist scheißegal, 6 zu 1, 16 zu 1, 1 zu 0. Das war ein Punkt, jetzt steht es 1 zu 1 und in 48 Stunden sehen wir uns wieder. Du hast Tom McCallum rausgenommen und Jonas Neffin gebracht. Du willst damit oft ein Zeichen auch setzen, so ein heller Wach für die Mannschaft. Ja, dem Tom trifft überhaupt keine Schuld, aber man muss natürlich irgendwann was machen. Wobei die Tore, also, nein, teilweise haben wir es selber aufgelegt, da mache ich aber auch keinen Vorwurf. Wir spielen jeden zweiten Tag, wir haben dreimal jetzt Dua-Di-Spiele gehabt, haben jetzt in die Serie super gestartet. Das ist auch menschlich, dass es mal nicht so geht, aber wir haben alles probiert, aber heute ist es halt einfach nicht gegangen. Aber wir werden natürlich versuchen, dass wir am Montag wieder da sind. Danke, Max Koltenhauser.